bei mir hat das angefangen nach zehn sekunden also weil das weil das setting du merkst sofort hier hier stimmt was nicht also diese klammer ums herz von der ich vorhin kurz geredet habe die die hat bei mir sofort eingesetzt ich habe gesagt oh mein gott das hier geht alles schief ich dachte zuerst ach das ist vielleicht ein horrorfilm weil er weil er schon direkt so einem das herz so zusammen drückt von anfang an wahnsinn und halt super creepy also ich finde das gute an dem film ist dass sie da nicht allzu sehr auf echtheit wert gelegt haben sondern ganz klar auch bildlich in den fantastischen bildern auch vom ton her auch also bild und ton sind ja wirklich der hammer wirklich wahnsinn da haben sie das einfach märchenhaft gemacht die leute hatten ich kannte die noch die hatten die absolute angst vor der hölle weil die eigentliche entwürdigung fand ja so statt dass man sozusagen gesagt hat okay wir wollen jetzt der ganzen familie nicht allzu viel schande übers haupt gießen weil wir müssen mit denen ja noch irgendwie zum beispiel in dem film fische fangen wäsche waschen oder sonst irgendwas also wir müssen uns ja irgendwie noch halbwegs in die augen gucken können weil weil wir dieselben ressourcen nutzen dasselbe wasser oder so ich glaube das war das erste mal im leben dass ich dass ich eine vernünftige eine vernünftige leichen darstellung gesehen habe von dem schauspieler also den könnte man sogar ankündigen so european nouveau horror mehr wirklich mehr geht einfach nicht